Ja guck der, die Typen. Da steht einer direkt bei uns am Sprengladen. Er geht hin. Könnte ja schlecht für seine Kadasse hin, ne? Ja, bei solchen Leuten. Wir warten. Ja, nein! Er steht direkt neben Onkelgun und er haut mich weg. Unglaublich. Direkt neben ihm. Er sieht ihn nicht. Unglaublich.